Freunde, ihr seht jetzt ein Best-of von Omegle von 2018. Wenn es euch, äh, ja, wenn ihr mehr Omegle wollt in 2019, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, wie cool ihr seid. Tschüss. Na, wer bist denn du? Siehst du, ich bin lustig. Ich kriege es doch immerhin, den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zauberen. Sag mal, oh, du bist ja ein Krasser, du. Du bist ja ein Krasser. Alter, Alter, was war da? Hallo. Hallo, wie geht's? Na gut, und ihr? Ach gut, ich bin gerade zum Chat. Bist du schon länger da? Na, seit fünf Minuten. Ah, ich, Chat ist neu für mich. Wie ist der Chat so? Ja gut, und wie, wie, wie findest du es bisher? Ich bin als kurz da. Okay. Aber sicher macht es sicher Spass, oder? Ey, der ist so gruselig. Ich kann mit dem nicht reden, Leute. Ein Koffer von Bushido. Ich kann. Ich fass es nicht. Jeder. Fahr vorsichtig. Alter, fick dich, du Fotze. Ich hab's ganz freundlich gesagt. Ja, ich auch. Wie du? Ja, dann wünsche ich dir jetzt zweimal einen Platten vorne. Ja, und ich wünsche dir, äh, dass ein Mikrofon durchgeht. Dreimal. Trottel. Zeig mal Schwanz, bitte. Bitte? Bitte. Was? Zeig mal Schwanz, bitte. Wie alt bist du? 45. Hi. Servus. Ich hab eine Frage an dich. Hm? Wie viele Erbsen passen in ein leeres Glas? Ich spinne. Ich spinne. Oi. Alles gut? Spielst du vorstecken gerade? Ja. Ich mach mit, oder? Oh Gott, jetzt höre ich gar nichts mehr. Warte, oh, ich höre nichts mehr. Okay, warte, dann machen wir es so. Ich zähle und such dich, okay? Okay. Okay, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Versteckt oder nicht, ich komme. Im Umkreis von einem Meter hinter mir, vor der mir, neben mir, links, rechts, zählt nicht. Ich weiß nicht, das ist nicht. Piep. Heute sag mal. Piep. Mäusen piep einmal. Piep. Mäusen piep einmal. Piep. Hä? Noch einmal. Piep. Ah, unter dem Pullover, oh Gott. Hi. Hi. Na, was geht? Nichts, bei euch. Trinkst du schon Bier um 14.30 Uhr? Nee. Bist du arbeitslos? Sei mal ehrlich. Nee. Verdienst du gutes Geld? Nee. Ja, wenn du willst, kannst du für uns arbeiten. Ja, wir suchen nämlich nach neuen Bewerbern. Und zwar haben wir eine Craft-Bier-Brauerei. Also wir arbeiten bei einer Craft-Bier-Brauerei. Und wir suchen halt nach jemandem, der, ich weiß nicht, kennt dich ein bisschen mit Bier aus und sowas? Na, ein bisschen. Also wir suchen halt jemanden, der quasi so ein bisschen, ich weiß nicht, hast du schon mal gebraut selber? Nein. Okay, weil wir müssten nämlich jemanden haben, der so ein bisschen den Malzgehalt und sowas bestimmt bei uns beim Bier. Also wir sind halt ein bisschen blau, wir haben jetzt halt quasi hier hinten Kupferkessel und sowas stehen und wir suchen halt hier einen Braumeister. Habt ihr nicht in einer Nähe irgendeine Schule, die Frau ausgebildet? Nee, leider nicht. Wir sind halt hier in Baden-Württemberg und das ist halt relativ schwierig. Wie viele Einwohner hat unser Dorf? 30? 30 Einwohner, ja. Du könntest da 31. sein, wenn du willst. Nee, leider nicht. Wir würden halt jemanden brauchen, der, das klingt jetzt ein bisschen verrückt, wir brauchen halt noch ein deutsches Reinheitsgebot. Wir brauchen jemanden, der halt 30 Tage in diesem Bier drin schwimmt, damit das den Geschmack bekommt. Okay. Würdest du das machen? Nee. Warum? 30 Tage in Bier schwimmen ist... Also du bist halt 30 Tage besoffen, das ist der Pluspunkt. Ja. Ja, das war's auch. Okay, ja, hat mich gefreut. Denkst du, ich schaffe es, nach draußen zu gehen, hinter diese Scheibe? Ich glaube, es ja. Weil diese, diese... Draußen ist sehr gefährlich hier. Voll redig. Los geht's. Mit was? Ja, das frage ich dich. Äh, Hände hoch, oder? Irgendwie sowas. Hast du irgendwas genommen? Nee, du? Nee. Bist du YouTuber? Nee. Auch nicht? Nee. Was bist du dann? Ein Mensch. Ein Mensch mit? Zwei Ohren. Und? Nase. Ja, und? Mund. In der großen Fresse. Nein? Nee. Okay. Ähm, ja, ich weiß nicht. Komm mit mir an die Copacabana. Gerne. Ehrlich? Ja. Das freut mich. Aber du bezahlst, ja? Okay, gerne. Woher kommst du? Als Köln. Als Köln? Ja. Okay. Wann wollen wir los? Ja, in einer Stunde. Okay. In einer Stunde schaffe ich aber nicht nach Köln. Oder Ostsee. Ja, wir treffen uns einfach da. Und wie soll ich dein Ticket zahlen? Der schafft das schon irgendwie. Bin ich jetzt im Video, Alter? Wenn du aufstehst und dich zehnmal drehst. Freunde, ich habe einen Herrn, der dreht sich zehnmal ganz schnell. Kann dich nicht sehen. Kann dich nicht sehen. Ja, ich sehe dich auch nicht, weil du so hässlich bist. Oh, ich liebe es. Dürfte ich ganz kurz fragen, welches Jahr bei dir ist? Ja. Ja, dann sag mal. Ja. Herbst. Ich habe den Glauben jetzt komplett verloren. Welches Jahr ist bei dir? Herbst. YouTuber, du bist YouTuber. Könnt ihr irgendwas cooles machen? Irgendwie euch boxen oder so? Ich kann dir zu dir coole Sachen machen. Fick deine Mutter. Du, du, waschmann. Ich kann dir zu dir coole Sachen machen. Du dreh dich um, du zieh dich um, ich fick deine Mutter. Das geht doch nicht. Was ist das? Tötet es, bevor es Eier legt. Tötet es. Eier legt ein Eier. Was? Was ist das? Ah! Also, heute gibt es ein Tutorial, weil Deutschland hat ja WM gewonnen. Ähm, scheiß, wo ist das jetzt? Ah! Also, als allererstes nehmen wir diese Joker-Kette. So, als nächstes. Rede bitte nicht so, Alter. Hallo? So, es kommt alles? Ja, eigentlich habe ich ja schon gewonnen. Ja, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Ja, aber das Finale kommt jetzt noch. Oh, das Finale. Das nimmt man hier so unter Eier ab. Also, ich würde sagen, halt immer so. Mit dieser blöden Sonne, die dann noch in dein Gesicht rein strahlt, sieht es noch dümmer aus. Na, kannst du das? Ne, ne? Ich bin ein Lappen, oder? Ja, kann sein. Treff mir jeden Morgen das Gesicht mit Kot ein, und du? Ja, aber mit deiner Scheiße. Nein! 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 Äh, ja, ich kann meinen Arm umdrehen. Dein Arm umdrehen? Ja! Zeig! Warte! Die meisten meiner Freunde finden das ultra eklig. Okay, ich werde es wahrscheinlich auch eklisch. Du kannst das nicht eklisch finden. Okay. Weil das ist ganz normal. Du nimmst halt den Arm und riechst ihn wirklich einmal ganz um. Und dann... Äh! Das sieht so eklig aus! Das sieht einfach aus, wird er gebrochen. Ich weiß, meine Freunde sagen immer, wenn man es so machen würde, wäre er gebrochen. Wäre er ja auch gebrochen dann. Boah! Boah! Okay, das ist krass. Hör auf! Mach wieder nochmal! Oh Gott! B-b-b-b! Node 1! Einfach nur weil es krass ist! Scheiße! Scheiße! Was geht's bei euch ab, Alter? Hoch mal! Hoch mal! Ich habe eine Katze gegessen. Ehrlich? Du bist eine Hurenfrische. Was bin ich? Eine Hurenfrische. Ja. Und ein Hurensohn dazu. Da haben wir ja schon eine Gemeinsamkeit. Du musst mich verarschen, du Hurensohn. Du Playstation 2 Spieler. Ne, 3. Lüg nicht. Ich lüge nicht. Ich hasse Franzosen. Geh in deine Hand zurück. Was hast du genommen? Was hast du genommen? Scheiß Franzose, du. Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass ich aus Frankreich komme. Beim Pobel erwischt. Ich hab dich beim Pobeln erwischt. Bei was? Beim Pobeln. Was ist Pobeln? Ja, in der Nase bohren. Oh nein, Bruder. Ich hab dich erwischt. Ich hab den Beweis. Ja, ja. Jetzt auf den Pick entschieden. Ja, 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 ja. Ich bin das erste Mal im Chat. Ehrlich? Ja? Möchten Sie meine Gurke sehen? Ja, bitte. Oh mein Gott, ich glaube halt wirklich, dass das wieder so einer war, ihr wisst schon. Und er dachte jetzt... Oh mein Gott! Ja, bitte! Baggetti-Torte. Du bist ein... Du bist ein Playstation-2-Spieler, immer noch wie vorher. Du bist ein Playstation-8-Spieler. Du lebst in der Zukunft. In der Zukunft würde ich auch den Dreck spielen, aber du bist so ein Vergangenheitsmensch. Du trinkst noch Apfelsaft. Guck mal, ich sag doch, der ist Franzose, der trinkt Gerollsteiner. Gerollsteiner oder Gerollsteiner? Gerold, Hurensohn, Wasser aus Frankreich. Ich glaube, wenn wir kämpfen, würden wir dich gewinnen. Kaputte Regen-Sensor. Hey, warte mal kurz, ich komme gleich. Hi. Darf ich dich was fragen? Ja. Möchtest du meine Gurke sehen? Na, Frank, die Fresse, das ist denn höflich. Hä? Ich will dir nur meine Gurke zeigen. Okay. Okay. Du siehst nachher ein cooler Typ aus. Danke, du auch. Dankeschön. Kannst du mir einen Gefallen tun? Bitte. Willst du einmal aufstehen und dich dreimal im Kreis drehen? Warum das denn? Warum denn nicht? Ich brauche einfach Leute, die mich glücklich machen heute. Das können wir auch. Bitte. Das ist jetzt immer naiv. Mensch, du. Du Eierkopf, normalerweise macht man so. Entschuldigung. Ich? Möchtest du meine Gurke sehen? Bist du ein YouTuber? Nein. Achso, okay. Nein will ich nicht. Warum? Sag einen guten Grund, warum nicht. Weil ich nicht schwul bin. Hä? Ich will dir eine ganz normale Gurke zeigen. Ich weiß jetzt nicht, was dein Problem ist. Hä? Ich fühle mich wie ein Wreckingball. Warum? Mann. Es fühlt sich einfach zehnmal geiler an, jemanden etwas zu schenken, was er getrauen kann, als sich selber etwas teures zu kaufen. Ich glaube, er ist nicht echt schade. Ich glaube, er ist nicht echt schade. Fäck, ziger. So sieht es aus. Und ich weiß, mein Momi freut sich einfach, weil die Klamotten sind auch sein Stil gewesen. Er ist auch so ein bisschen Hip-Hop-Typ. Ich weiß aber, er fragt mich.